Guten Morgen, ein neuer Tag ist angebrochen, wie schön. Nimm dir nun aber einen Moment Zeit, um dich bewusst auf den bevorstehenden Tag einzustimmen. Beginne mit einem breiten Lächeln. Spüre, wie sich das Lächeln auf deinem Gesicht ausbreitet und so ein warmes Gefühl der Zufriedenheit in deinem Körper entsteht. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Atme tief ein und langsam aus. Nimm bewusst wahr, wie der Atem in deinem Körper einströmt und ihn mit frischer Energie versorgt. Mit jedem Einatmen fühlst du dich belebt und erfrischt. Und mit jedem Ausatmen lässt du jegliche Anspannung los. Fühle Vertrauen in das Leben Stell dir vor, wie ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens durch deinen Körper fließt. Wisse, dass das Universum für dich sorgt und dass jeder Tag voller Möglichkeiten Freude und Erfüllung ist. Atme noch einmal tief ein und langsam aus und richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper. Spüre die Wärme und das Wohlgefühl, die von jedem Teil deines Körpers ausgeht. Erlaube dir, dankbar für deinen gesunden und vollkommenen Körper zu sein, der dich durch das Leben trägt. Akzeptiere und liebe deinen Körper genauso wie er ist. Denn jedes Organ gibt sein Bestes und arbeitet in vollkommenen Einklang mit dir. Stell dir vor, wie du mit einem Gefühl der Freude und Entschlossenheit in den neuen Tag startest. Spüre die Aufregung darüber, was der Tag für dich bereithält. Und sei offen für all die wunderbaren Möglichkeiten, die auf dich warten. Nun atme noch einmal tief ein, langsam aus. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal bewusst zu deinem Lächeln und verankere dieses positive Gefühl in dir. Strecke dich und öffne langsam deine Augen. Willkommen in einem neuen Tag. Du möchtest immer mit einer neuen Morgenroutine starten und dein Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Du möchtest dich wieder frei, gesund und voller Energie fühlen. Dann heißen wir dich sehr herzlich zu unserem Schnuppertag willkommen und freuen uns, wenn wir mit dir Stufe 1 online erleben dürfen. Musik Bedeutage